Stefan Dünser ist sprichwörtlich ein Arbeitstier, ein Künstler, der Ideen umsetzt, der macht, der tut. Unglaublich vielfältig ist sein Schaffen, sei das früher als Solotrompeter des Sinfoniehesters Vorarlberg, jetzt im Sinfoniehester Lichtenstein, als erfolgreicher Lehrer an der Musikschule Dornbirn, als Mentor zahlreicher Studierender im Bereich der Lehrpraxis am Vorarlberger Landeskonservatorium oder als Motor von Sonus Brass und den Schurken. Es zeigt sich einmal mehr, Kunst braucht Mut. Wir als Gesellschaft brauchen kreative Köpfe, die mit der Zeit gehen und uns als Publikum immer wieder herausfordern. Und so macht das dieser Trompeter. Stefan Dünser ist einer jener Menschen, die seit über 30 Jahren konsequent ihren Weg verfolgen und immer nach kreativen Lösungen suchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017